Willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 7 Remake. Jetzt mit Tifa und Ares unterwegs, mal was ganz Neues. Ich bin mal sehr gespannt, wie das Ganze hier laufen wird. Und vor allem, was hier auf uns zukommen wird. Denn im Moment ist hier eher so ein bisschen Ruhe angesagt. Hier sind so ein paar, ja gut, Laborutensilien und so weiter, um auch schön vernünftig arbeiten zu können. Das sieht sogar gar nicht so schlecht aus hier. Wir haben Sephiroth gesehen. Und wir haben Genova gesehen. Und irgendwie passt das alles für mich persönlich noch nicht so ganz unter einen Hut. Sieht nicht so aus. Man sieht die Türen griffen. Sicher kann man sie irgendwie entriegeln. Lass uns mal suchen. Okay? Ja, ähm, wie Blechwalzer eigentlich schon schreibt, ist... Wir wissen halt eben nicht, wie viel sie schon verändert haben. Ähm. Wobei ich mich frage, welche Stille du sagst, dass sie geändert haben sollten. Das ist für mich gerade eben ein kleines Rätselchen. Okay, wir gucken erstmal hier in die Sektion 3 rein. Okay, hier kommen wir so nicht rein. Das heißt, wir müssen uns hier erstmal was überlegen. Ich würde einfach mal hier den... Schalter ziehen. Sieh mal, unten kommt man jetzt auch weiter. Ah. Sagen wir klar Bescheid. Oh. Oh. Okay, dann wechseln wir nochmal die Gruppe. Ja, ich bin... Wir gehen zum zentralen Kontrollterminal. Wartet, bis ihr von uns hört. Ich muss aber auch ehrlich gestehen, ich bin ein bisschen verwirrt, was genau du meinst. Was ist dieser Spinner hier eigentlich? Das Unheil, das aus dem All kam. Genova. Für Hojo ist es etwas, wie sein Lebenswerk. Verschone mich mit diesen Märchen. In dieser Einrichtung arbeitet man daran, genetische Informationen von Genova auf Lebewesen und Maschinen zu übertragen. In der Hoffnung, sie stärker zu machen. Und Hojo scheint uns zu benutzen, um seine Experimente zu vollenden. Dieser Mistkerl, was bildet der sich ein? Die Wesen hier sind zum Sterben, verdammt. Erlösen wir sie. Als erstes müssen wir einen Weg ins Zentrum fangen. Kommt denn der auf Anna her? Erstmal die Elektroschock-Zurone. Komischen Stuff macht. Magie, Blitz, gib ihn. Und im Schock. Jetzt muss man nochmal ein bisschen aufpassen. Dann machen wir einmal Blitz gar. Ich habe nämlich nicht sonderlich viel Lust, hier jetzt in dieses komische Leuchtezeug rein zu bringen. Aber es sieht gut aus. Achso, okay. Aber es ist keine Stelle, die wir aktuell in... Oh, kleinen Moment. Die wir aktuell hier in dem Remake bisher sehen. Oder sehen würden, besser gesagt. Okay, das dauert noch. Du kannst mir das gerne mal im Privaten schreiben, weil das alte Final Fantasy VII kenne ich halt eben auch ziemlich in und auswendig. Vier Hebel für die vier Sektionen in der Walze. So, dann wollen wir doch mal gucken. Steht da irgendwas? Ja, klar, man könnte Sektion 3. Könnte mal gucken. Sektion 3 brauchen wir. Das ist Sektion 2. Da haben wir den Weg zu Sektion 1. Der ist ja schon offen. Also 2 müssten wir öffnen und 3 müssten wir öffnen quasi. Kleinen Moment. Auf jeden Fall die 3 öffnen. Achso. Was passiert? Transfusion initiiert. Transfusion initiiert. Stichproben-Test im festgelegten Bereich beginnt. Ich glaube, das war nicht so eine coole Idee. Na gut. Rufen wir die mal kurz an. Tiefer. Bist du da? Wir haben das Kontrollterminal bedient. Die Tür sollte jetzt offen sein. Ich bin mal gespannt, was uns hier in der Sektion 3 erwartet. Seid auf der Hut. Danke. Wir sehen es uns an. Na los. Ab in die Sektion 3. Führt ja eh nichts anderes dran vorbei. Oder entlang. An Nanu? Doch nichts? Ah. Hier öffnet sich jetzt die Tür. Äh. Dann wollen wir mal mit Feuer umschmeißen. Ne, nicht bei dem. Nicht bei dem. Ja, doch bei dem. Ah. Das ist cool. Das ist genau die Art und Weise von Kämpfen, die ich mag. Hier gibt es keinen Stance-Wechsel, sondern man macht den Kinnhaken. Das ist geil. Sowas mag ich. So spiele ich gerne. Was haben die hier wohl gemacht? Es macht mich irgendwie traurig. Hier scheint... Genau, dachte ich mir. Hier liegt noch eine Kiste. Das ist aber echt wie so ein Gruselkabinett. So ein... Oh. Was bist du? Ach Mensch, ein Hündchen. Alles ist gut. Wir gehen hier einfach weiter. Wir haben nichts gesehen. Du kommst da nicht raus. Ach, hier werden wir definitiv kämpfen. Hier ist schon so viel Platz. Und zwar gegen Hunde anscheinend. Und das nicht zu wenige. Sag ich doch. Und... Okay. Machen wir einmal noch mal Hochtouren. Smack, smack, smack. Probieren wir es mal. Limit Break ist ab. Dann machen wir doch mal den Salto auf einen der Hunde. Und dann machen wir es mal. Okay. Wir haben auch ganz schön was abbekommen. Wir haben auch ganz schön was abbekommen. Außer Aerith. Aerith war so, ja ich hab voll mitgemacht und bin besser aus dem Kampf rausgekommen als du. So, ich bin mal gespannt, was für komisches Zeug jetzt hier auf uns warten wird. Moment. Hier kann man irgendwo hinter langlaufen. Aber gut, hier ist nichts. Das sah so aus, als ob da nochmal so ein Weg wäre oder sowas. Aber nein, nichts. Hose mal jetzt. Wieder auf dem Gang. Oh, da hockt was. Was bist du denn? Oh, okay. Hier liegen auf jeden Fall ganz schön viele Soldaten. Also, Leichen von Soldat rum. Au. Okay, so sollte das nicht aussehen. Ich würde sagen, bei ihm wäre Ero ganz gut. Jawoll. Und nochmal eben ein Hochtor hinterher. Oh, das war zu früh. Na gut. Oh. Ich habe tatsächlich eine, ähm, eine Aufgabe noch nebenbei erfüllt. Ist ja perfekt. Der nächste Schalter zum Umlegen. Für das nächste Gebiet. Das Tor geht auf. Hallo. Wir würden ganz gerne mit eurem Chef sprechen. Das ist ziemlich kacke hier alles. Okay, das Tor muss ich aufmachen, um an diese Kiste zu kommen. Äh, ich würde mal behaupten. Nee, irgendwie ist hier sonst nichts. Ah, okay. Wenn ich hier hochgehe, dann komme ich hier durch diese Tür und dann komme ich auf die andere. Das wird nicht funktionieren, wette ich mit euch. Da unten schläft irgendein Tierchen. Das heißt also, wir werden dort einfach runterrasseln, während wir versuchen hier lang zu spazieren. Ja, definitiv. Und, crashen. Drei. Zwei. Eins. Ja, komm, jetzt ist nicht mehr weit. Aber nicht für lange. Au. Macht doch nicht sowas. So, wir versuchen es gleich nochmal mit Magie, Ero und zack, Gebeam. Eris hat ebenfalls mittlerweile schon wieder irgendwas am Laufen. Dann versuch mal mit Blitz. Gute rausgeholt, Eris. Hey. Ich kölzer Blitz. Auch hier. Gehen wir mal lieber mit den kleinen Angriffen rein. Ja. So. Und hier ist die Stelle mit dem... Ach ja. Halten. Ich muss Sachen halten. Damit man das Tor aufmacht. Und hier ist dann die Kiste, die wir gerade eben haben wollten. Okay, ich gucke mir das gleich an in der nächsten Pause. Die ist ja auch bald. Und dann gebe ich da... Vielleicht einen Kommentar dazu ab. Entweder schreibe ich dir direkt. Oder... Ähm... Oder ich sag's im Stream, je nachdem. Ähm... Kursant, du hast... Du... Du würdest... Ich glaube, du würdest dich... Du würdest einiges an Story... Kaputt gemacht bekommen. Wenn... Ähm... Wenn du die Spoilerinos über die... Ähm... Über die... Blechwalze und ich... Reden... Erfahren würdest. Und glaub mir, das sind so Sachen... Die sind schon ziemlich geil. Das Spiel... Du kennst die Story? Okay. Das wohl kennst du nicht. Super. Wo sind wir jetzt? Sektion 3 abgeschlossen. Nicht nur du, Eris. Nicht nur du. Ist ja auch ein... Penner. Was denn? Ojo ist... Definitiv nicht einer meiner Lieblingscharaktere in diesem Spiel. Bevor... Das lasse ich nicht zu! Oh, nee. Müssen wir dolle, dolle aufpassen. Magie. Äh... Okay. Okay, das ist doof. Na gut. Dann müssen wir hier mit solchen Spielchen angreifen. Ich hoffe, dass das überhaupt nichts bringt. Oh. So schlecht. Nee. Einfach im Kreis laufen. Einfach im Kreis laufen. Und... Und wieder mal umrollen. Au. 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 Das war schlecht. Das war mehr als nur schlecht. So, nochmal. Fertigkeit. Hochtouren. Raketenwerfer. Eris macht... Blitz auf einen, der noch nicht angeschlagenen Raketenwerfer vielleicht den, den sie zieht. So, super. Äh. Fertigkeit. Hochtouren. Und nochmal So Zieht Wenn das hier die Stelle ist Bei der Redfoin Rübergewandert ist Dann haben wir hier eine Kiste Ne ist das nicht Das ist schade Aber egal Tiefer sieht ein bisschen Hart angeschlagen aus So Schon besser Dann hier Zack Sehr gut Damit hat Tiefer nochmal Den Bonus geliefert Aber trotz allem Scheinbar Nichts Achso Jetzt können wir den ja Die Leute hier mal Antexten Cloud Ja Wir haben hier gerade Einen Hebel bedient Damit sollte der Weg Für euch ebenfalls frei sein Schön Dann sind wir jetzt An der Reihe Okay Und wieder die Gruppe wechseln Bleibt wo ihr seid Wenn was ist Melden wir uns Okay Seid bitte vorsichtig Jetzt können wir Jetzt können wir auf dem Rückweg Das heißt wir müssen erstmal wieder zurück Sektion 2 öffnen Und dann können wir da unten lang Es wäre ja auch viel zu einfach Ja lasst mich hier doch mal durch Was stimmt denn nicht mit euch Einmal Sektion Nr. 2 Also ist jetzt Ich muss ehrlich zugeben Dass dieser Teil hier Ist jetzt nicht unbedingt Mein Lieblingsteil Der Der gerade abgeht Also ich meine jetzt So Storytechnisch Das Labor hier ist Ich finde es ein klein wenig Überflüssig Aber gut Meinetwegen Ah Ruhig immer ein bisschen Links und rechts gucken Hier hinten haben wir schon wieder Eine Kiste Da kommen wir aber noch nicht hin Na das sieht mir schon so aus Ob es hier einen etwas Größeren Kampf geben wird Gleich öffnet sich irgendwo eine Tür Experiment beginnt Mitarbeiter bitte entfernen Experiment beginnt Wir müssen alles geben Was ist man hier Oh Erstmal möchte ich nämlich wissen Was das mit diesen Viechern auf sich hat So Wirksam Im Prinzip alles Okay Eine Chimäre Keine taktischen Informationen verfügbar Nee Wäre ja auch viel zu schön Kann man nicht auf dem Ehe mit irgendwelchen Sachen rumziehen Klimpern Und Mut angeritten Und hinterher Zack Reicht dir das? Oder was? Oh Glaub schon Dreck Sag ich Knall dich ab Vorsicht Du könntest das kugelsichere Glas Zerkratzen Zerkratzen Die Begegnung mit ihnen Scheint ihn nicht merklich beeinflusst zu haben Ey Wo wirst du hin? Das sehen wir vermutlich gleich Sehr interessant Okay Hier ist der nächste Gang Und hier hinten war Die Truhe Die nehmen wir natürlich mit Ein Mitril Arm Sehr schön Aber ich glaube Wir sind hier in der Partie Die definitiv Von Hoyo sozusagen Geleitet wird Er testet uns hier Was hier ist Ach Schon wieder ein Motte Hey Ich will hier auf jeden Fall erst mal Au Kommt ein sehr kleine Fakt Dieses kleine Ding hier So Die Motte Bekommt jetzt erst mal Schlitz ab Und Jetzt kümmere ich mich um euch Kleine Direkte Die Viecher Die Nerven sind gewaltig Maggi Blitz Blitz Gar Auf die Motte Wieder Und jetzt Geht doch Sind ein gutes Team Barrett Wie fühlt es sich an Wenn einem Die niedlichen Vielzeuge Zerstört werden Immer wieder Ein erquittendes Vergnügen Das mich wohl Niemals Überdröst Werde Nun So weit So gut Dann Zum Nächsten Test Wie wäre es Wenn du einfach runterkommst Du oller Penner Und uns Dich einfach mal Und stellst Und dann mal gucken Was für Was für tollen Tricks Du sonst noch auf Lager hast Feige Sau Ehrlich jetzt Gesundheit Okay Das sieht jetzt aber mal Interessant aus Endlich mal was Vernünftiges Entschuldige die Störung Aber du hast bei mir Noch was Kapierst du es nicht Beginn des Tests Wartungspersonal Mit entkommen Beginn des Tests So Dann sei mal schön nett Zu meinem Spielzeug Was wird das Jetzt schon wieder Aber ernsthaft Ich habe da so eine Idee Ich denke mal Auf jeden Fall Wird Blitz Hier Das richtige sein Echt So der erste Ist zumindest schon mal Im Schock Und auch Gesiegt Dann können wir Gleich nochmal Den nächsten Im Schock Jagen Ach komm Ehrlich jetzt Die haben die Position vertauscht Ihr Kleinen Drecks Das macht mir Überhaupt Nix Aha Toll Die sind beide Nicht Kann ich gerade Beide Nicht Angreifen Jetzt aber Es war nämlich So klar Dass du hier Gleich Rausspaziert Kommst Und Ach was soll's Den Limit Break Passiert der Hier vorne Welche letzten Worte Tschüss Und jetzt noch mal Ganz schnell Ein bisschen Heilung hinterher Kippen Damit wir unserem Freund hier Helfen können Nö Auch noch Treppen steigen Um hochzukommen Was war das Wo ist der Tut mir leid Wer ist denn Kommen Wir müssen Hier raus Super Das hätte ich Jetzt nicht erwartet Dass wir hier Raus müssen Ich dachte Wir dürfen Noch ein bisschen Hier bleiben Moment Wir laufen Aber mal Den Weg hier Zurück Den Hoyo Die ganze Zeit Gegangen ist Genau Um hier nochmal Ein paar Kisten zu zerschreddern Eine Mogri Medaille Hat sich gelohnt Oh und guck mal Da ist auch noch Eine Kiste So wo wird Der hässliche Typ denn jetzt Rum geistern Vermutlich Hier nach oben Gegangen Aber wir schauen Hier trotzdem Nochmal Ich sag ja Diese Kisten Sind Kettenarmreif Das sieht doch Nett aus Ich glaube Nicht Dass er Erwartet hat Dass wir Ihm Hier oben Entlang Folgen Also er wird Denk ich mal Schon Auf dem Weg Sein Oder zumindest Gerade dabei sein Vernünftig Zu flüchten Geil Der Typ ist echt krank Oh Das gucken wir uns leider erst in der nächsten Folge an. Der Kampf gegen den Kochtopf. Ich bin mal gespannt, was der so drauf hat. Hoffentlich kein Mafuba. Das wäre nämlich echt böse. Weil sonst müssen wir wahrscheinlich Red irgendwann... Stell dir doch mal vor. Der macht Mafuba und drückt dann Red in den Reiskoffer und so. Red ist keine Katze. Aber okay. Okay, dann bis zur nächsten Folge. Let's play Final Fantasy VII. Und ich gucke mir jetzt mal an, was Blechweiz mir gewispert hat. Bis gleich dann bald demnächst.